da will man mal los eiern, da ist man es so blöd den helm zuzumachen ich weiß, da fällt mir die hand schon runter werden wir mal unsere neuen Auspuffbandprobe fahren unser Hitzeschutzband ich freu mich doch nicht mehr der Mike lacht, der Mike hat neues Moped alles fest der Mike lacht, der Mike hat keine Wind Untertitelung des ZDF, 2020 Läuft! Läuft! Ich bin wieder so laut Beine hört man gar nicht Das kommt doch Wir können ja leiser machen Gucken wir Lauter als meine Aber wir drücken lieber mal den Schalter Also gleich Wird doch noch ein bisschen kalt in der Fresse Dann noch ein bisschen kalt in der Fresse Kommen wir gleich einen Corona testen Jetzt können wir doch gleich einen Corona Test machen Ja Schade, dass wir so einen V5 beißen müssen Ja, das stimmt Ja, das stimmt Könnt ihr auch hinten nach Basbüttel fahren? Ist da nicht irgendwo eine Esso-Tankstelle? Weißbüttel, das ist irgendwo eine Esso, ne? Äh... Weiß ich jetzt nicht Here we go so schlecht klingt die gar nicht war ein bisschen leise aber so 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 die so 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 der Mike hat einen anderen Becker gefunden, nichts mehr Tankstelle Die Scheuß-Borderkontrolle haben die Leute schon wieder weil ich ja ein Tacho vorhin angebaut habe Bussi-Junge Das war ich da eben nicht Ich weiß es nicht Stink ich so? Ich hoffe nicht Ich hoffe auch nicht Ich weiß es nicht, aber links ist schon die Becker und so Okay Okay So 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 Echt ja? Ja Jetzt Das ist vor 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 Hallo Wollen wir geradeaus oder rechts runter? Wenn wir geradeaus fangen kommen, der Stapel fällt mir heraus Ach so, dann kannst du gleich nach Hause, ne? Nein Ist mir egal, fahr einfach Geradeaus ist mir der Autor überrechten seit dem Bäcker Ich wollte ja nicht schon wieder ins Bäcker Okay Ich sollte要 nach Hause Das war eine Kalluspe. Diese Motorrad ist so sehr ruhig.